Jetzt wieder ein so fleißiges und tatkräftiges Volk geworden. Was schaffen wir jetzt nicht wieder in Deutschland? Was haben wir nicht für Aufgaben? Man hat uns die ganzen Jahre schon eingeredet, dass der Deutsche sowieso nicht ganz gleichwürdig sei den anderen Völkern in der Welt. Was haben wir heute für Aufgaben? Was für gewaltige Werke bauen wir? Wir bauen heute die schönsten Straßen, gewaltige Anlagen, industrielle Art, neue Erfindungen haben wir gemacht und eure Wohnhauskolonien. Sie werden entstehen und sind bereits entstanden. Was wird nicht überall gearbeitet, auf allen Gebieten? Wir haben bewiesen in diesen drei Jahren, dass wir ein Volk sind, das bestehen kann vor den anderen. Und darum bitte ich dich nun, deutsches Volk, darüber geht nun ein Urteil ab. Der Welt unterstelle ich mich nicht. Die kann mich nicht richten. der Welt unterstelle ich mich nicht. Vielen Dank.